Zwischen den 3er Flammen, ne? Ja, wollen wir eben schon klar, anstatt woanders zu speichern, nein! Ich hatte noch grad keinen anderen Speicherpunkt, da hätte ich noch speichert. Hier. Ja, super. Das war knapp. Ich speichere jetzt ab, gerade eben noch mal gespeichert. Du musst das schaffen, ne? Ich glaube an dich. Oder auch nicht. Lad mal. Du musst mich verarschen, scheiß Level. Erkläre mir bitte, wie das funktioniert. Ich weiß das nicht. Okay, bleib mal noch stehen, warte, warte, bleib mal noch stehen. Warte, 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 warte. So. So. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich spring da immer gegen. Das ist nicht dein Ernst. Ja. Wie? Du willst mich doch jetzt veräppeln. Bin ich zu groß dafür, oder was? Nee, das... Spring mal nicht so doll, spring mal ganz leicht. Mach ich doch. Ja, siehst du. Mein Gott. Hätte ja klappen können, dich damit zum Arsch. Was machst du denn da? Warum lädst du jetzt, du Spasti? Du brauchst alle drei Leben, vertraut mir. Die Fresse. Komm mit allen drei durch. Ich speichere... Geh vor die Röhre. Warte vor der... Oh, jetzt. Ich hab's gehört, dass du gespeichert hast. Du brauchst alle drei. Der fickt dich sowas von hart ins... Jetzt. Puppolöchchen. Ich dachte, du kennst den nicht. Ist der einzige Boss mit dieser Scheiße. Hä? Nein. Ich weiß auch nicht, wie der funktioniert. Nur als ich die Bälle gesehen hab. Ich dachte, du kennst den. Nein. Er spielt nur auf seinen Scheißkopf. Er rastet voll aus, ey. Er rastet richtig aus. Alter, der bums die doch hart ins kleine Kinderloch. In der kleinen süßen Luigi hindern. Das ist... Das ist mein Mann. Ich muss ihn fangen. Oh mein Gott. Ich hab kurz getroffen. Hä? Der darf niemals auf den Boden fallen. Mhm. Hallo, guck dir das Ding an. Das sieht aus wie ein schlechter Dildo. Das ist ein großer Penis. Große Eiche. Ach du Scheiß. Was hat der Grafiker geraucht? Hallo? Alter, das Toi will ich auch haben. Allein das Grinsen machen. Riecht ja auch noch ein Powerful. Und außerdem war das ein Arschflock. Ja, das ist ein Arschflock, genau. Das ist ein Arschflock. Ja, ich mein jetzt der Zauberstab. Ja, genau. Zauberstab ist ein Arschflock. Ja, das ist doch... Ja, das ist doch... Ja, das ist doch... Ja, das ist doch... Halt. Du willst nicht Reiterspielen, oder? Wieso? Okay. Wir machen das auf jetzt so weit, okay? Bis wir fertig sind. Nein. Doch, zieh durch! Du musst durch die Tür. Da gibts wieder Schüchen. Hallo, da gibts wieder Schuhe. Geile, geile Schüchen. aber doch nicht in dem level du darfst jetzt nochmal bergsteiger spielen bergsteiger ja tolles level da durch kommst du eh nur ein bisschen höher ich sage dir, geh nur nicht in die ganz rechte röhre rein irgendwann ich auch, ich weiß ich habe mir das irgendwie schon gedacht bevor du das gesagt hast du kannst denken ja, kann ich ich wollte gerade springen die Schuhgrüte hat eine gute Position gehabt ja warte, von da nach da, von da nach da, von da nach da ok das Röhrenfestival ne, nicht, ist das jetzt einfach so was, nicht, hat ja keinen Namen oder? verdammt, ne hm? ne, ne babababababababababababababababababababababababababababababababababa dädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädäd wie bratenfett in der fritteuse nicht möglich ist das geil ist wenn du dann wenn das glas was denn ist und gibt es auf einmal milch rein oder eis sogar ist nicht dein ernst wir ziehen das jetzt durch ok es ist einfach einfach nur röhren das ist wie flappy bird einfach mal ein bisschen röhre kommt du bist flappy bird und schminkst durch die röhre auf die röhre warum läuft das eigentlich genau weiß ich nicht bei mir nicht bei dir vielleicht wie viel bildaufbau hast du also ich hier bitte hatte 25.000 nehmen wir 20.000 nimm nicht nimm nicht wenig auf nimm ordentlich eine ordentliche qualität auf ich weiß auch nicht woran das fliegt gerade oh mein gott bist ne verfickte pflanze da kommt auch einer raus ne nö aber ist auch nur hier und das andere war es nicht oh mein gott ich bin schwanger bei dem spiel noch plötzlich schon noch mal ganz kurz was 27.000 dann ist auch nur mal eingestellt ich habe keine ahnung ich habe nochmal task manager arbeitsspeicher in ordnung cpu lausen und flassen bei also zwei obel zeigt 20 prozent an locker aber ist ja halt nur die aufnahme wenn du renderst dann glättet der die frames da wieder also zumindest habe ich das bei mir so eingestellt deswegen sind meine dateien auch so groß ok man kann es auch wieder falsch verstehen was dass deine dateien groß sind dein usb stick ja ich weiß naja hast du jetzt gestanden war ja überhaupt nicht lustig jetzt aber nein überhaupt nicht lustig gewesen klar war das lustig ne doch ne oh mein gott du bist so versuch was jetzt du bist so ok ich sag jetzt einfach kein wort nein ab jetzt tsch alter die pflanze hätte grad von mario die nase abbeißen können wie war das nein ich bin sensibel du du unsensibel ist klar klar wie kloßbrühe ja ja ist klar du kotstunde geh mal in die rechte Ruhe rein nö warum nicht ich will da nicht wieder runter fallen fällst du doch nicht nein es ist nicht möglich überhaupt die Ruhe rein zu gehen schaffe die dinge ja 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 ok ok ja du bist so behindert ja so richtig behindert so richtig behindert du stirbst ah mein Auge das dreht schon fast ja mein Auge hm das hat ne ananas mein Auge Hallo Tabi, winke, winke, Tabi, hallo, hallo Beiß mir nach, du geiles Stück Nein, ich hätte wirklich das Vieh treffen müssen Eigentlich, richtig Ja, geh mal da rein In die rechte Röhre Na, kein Bock Doch, hast du Besonders jetzt da rein Hab grad kein Bock Auch Hat du Deiner dumme Vogel Ich hätte es schaffen sollen Ach nö Bist ja so doof Schön, dass die nicht rauskommen, wenn man drauf steht Boah, diese Blöcke sind so scheiße, ne? Sag ich doch Das sag ich doch Dass sie einfach kacke sind Aber stell schon mal meine Tastatur auf gute Nacht Hä? Ich hab meine Tastatur schon mal auf gute Nacht eingestellt Okay Ja, wie die Tassen nicht leuchten mehr Achso, mich stört das eh nicht Ja, ich hab ja PC laufen durchgehend Hm? Ich hab ja PC durchgehend laufen Ich auch Ich muss auch meine Maus Maus, ich hab's immer voll helles Mich stört das gar nicht Ach, mich schon Weil das von der anderen Seite bei mir steht Ja, auch, bei mir auch Oh, ich schlafe auch zur Wand hin Aber, äh, genau Ist einfach zu helfen Also die Maus älter kannst du Leute umbringen Mit der Ehrlichkeit Und meine Maus ist auch nicht grad dunkel Kann das nicht Und genauso wie mit meinem PC Ja gut, der ist leise Ich hab nichts mit leise gesagt Ja, der leuchtet doch nicht Doch, durch die Lüfter Obwohl eigentlich meine Machen mein Zum Ausschalten und Anschalten Der Leiste Das ist eigentlich ganz schön neu Aber trotzdem kann ich schlafen Okay Ich hab da auch noch nie das Problem mit gehabt Ich hab uns wissen wer der Babu ist Schülkröten, AfD, Habibin Und der Lambo im Garten Ferrari sitzt Ja, wahrscheinlich liegt das auch da dran Weil ich kein Rollo oder so Für mein Fenster hab Na gut Ich auch nicht Und ich auch Ja, durch die Nachtschichten Auch am Tag dann geschlafen hab Also Das war knapp Ich wollte es ein bisschen klammern Spannend Du bist so doof doch hoch 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 ich habe mein potze ab ja und damit verabschieden wir uns und sagen bis zum nächsten mal bei super mario ist das tschau tschau